Hallo zusammen, mein Name ist Jose. Ich komme aus Venezuela und ich bin 20 Jahre alt. Am Sommer 2017. Ich habe eine Reise nach Europa gemacht. Heute will ich über meine Zeit in Europa sprechen. In diesem Foto, ich fliege nach Amsterdam. Ich war sehr müde. Ich habe einen Bus durch die Stadt genommen. Ich habe viele kleine Flüsse gesehen. Viele Leute reisen mit Fahrrad. Die Leute laufen auch viel. Das ist ein Bauer. Er macht Schuhe auch. Amsterdam ist ganz schön und ich möchte bald wieder zurück gehen. Ich besuche eine andere Stadt, Paris. Paris war ein bisschen wolkig, aber ich habe sie genossen. In diesem Foto, ich bin vor dem Museum. Es heißt das Löwe. Sicher, du kennst es. Das ist ein Garten vor dem Blüwe. Meine Freunde und ich haben vielen guten Essen gegessen. Wir sind sehr lange Zeit in Italien gebleiben. Wir haben Florenz, Cinque Terre, Rom und Sorrento besucht. Ich habe den Strand in Sorrento gefunden. Das Wasser in dem Meer war sehr dunkelblau. Die Sonne hat geschehen und das Wasser war kalt. Später, wir haben zwei Eis gekauft. Ich habe viel Spaß in meiner Reise gemacht. Nächstes Mal, ich will Deutschland besuchen. Ich möchte mit Leuten auf Deutsch sprechen und lerne Deutsch mehr. Aber das kommt später. Danke und auf Wiedersehen. !」 sowie Tesla offended ich